So, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 65.800 US-Dollar, wir sind weiterhin sehr, sehr bullisch unterwegs. Heißt, wir haben ein neues Hoch mittlerweile, beziehungsweise ein neues Zwischenhoch. Wir haben die 65.000 US-Dollar-Marke durchbrochen, wir haben das Golden Pocket, das heißt von unserem Zwischenhoch hier oben bei 72.000 bis zu unserem Tief gezogen, die 53k, haben wir jetzt das Golden Pocket erreicht und sind jetzt auch durchdrungen, beziehungsweise strugglen hier leicht. Ich habe dazu gestern schon ein kleines Update gemacht, deswegen gestern gab es kein Video, weil es sich aber auch ehrlich gesagt nicht gelohnt hat, weil einfach zu wenig Bewegung drin war. Trotzdem muss man sagen, langsam aber sicher geht hier meiner Meinung nach ein bisschen die Luft raus. Wir werden uns das jetzt alles in Ruhe angucken, wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold und auf die anderen Märkte blicken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschuldigen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr das Traden wollt, was wir hier alles besprechen, kann ich euch nur meine Börse BingX empfehlen. Dort gibt es auch momentan wieder ordentlich Boni abzustauben. Außerdem müsst ihr einfach nur eure User-ID unten in die Kommentare schreiben, beziehungsweise in Telegram, um am wöchentlichen Gewinnspiel teilzunehmen. So, damit aber genug Werbung, wir gehen rein in den Chart. Wie gesagt, 65.800 US-Dollar circa. In der Spitze waren wir sogar schon wieder bei 66.000 US-Dollar. Also seit diesem Trump-Attentat kennt der Kurs nur eine Richtung. Es wurde ja im Endeffekt die ganzen BKA-Bitcoins wurden verkauft mittlerweile. Aber gestern, Mt. Gox hat, zumindest gab es da die ersten Bewegungen, dass jetzt langsam aber sicher die Auszahlungen losgehen sollten. Das könnte so ein kleinerer Unsicherheitsfaktor werden, aber rein Chart-technisch betrachtet, muss man auch dazu sagen, das Volumen ist in den letzten Tagen auch deutlich, deutlich zurückgegangen. Kein gutes Zeichen, wir kriegen immer wieder neue, höhere Hochs, kriegen aber nicht mehr Volumen im Markt. Das führt natürlich auch jetzt hier im Chart, sieht man das ganz gut, ich zeichne euch das mal ganz kurz ein, mit den ersten Divergenzen. Wir haben höhere Hochs hier, kriegen aber im RSI nur noch ein tieferes Hoch. Auch gleichzeitig haben wir dann auch hier, wenn wir uns das Volumen angucken, auch noch tieferes Volumen. Also richtig Bullish sieht das ehrlich gesagt auf den Blick nicht aus. Das ist momentan sehr, sehr viel Momentum. Spricht jetzt aber auch nicht dafür, dass man sagen sollte, wir shorten hier alles rein, weil dafür ist eben dieser Anstieg, den wir jetzt hier den letzten Tagen hatten, deutlich zu steil. Und das habe ich auch in dem Update am Montag dazu gesagt, dass momentan für mich das keine Short-Zone ist. Ich warte hier eher erst einmal auf einen kleineren Retest und zwar einen bullischeren Retest. Und da spricht weiterhin einiges dafür, in dem Bereich der 60.000 US-Dollar eben noch einmal zurückzufallen. Das hat sich im Endeffekt zu der Analyse, die ich gestern in der News-Gruppe reingepostet habe, nicht wirklich viel geändert. Ich bleibe weiterhin dabei, dass ich gerne nochmal einen Retest hätte. Das hat nichts jetzt mit dem Golden Pocket zu tun, sondern einfach nur, damit wir hier im Endeffekt diesen ganzen Move, da wo dann im Endeffekt auch das Volumen dann nachgelassen hat, nach diesen 60k, hier nochmal Retest machen würden. Und wenn wir hier die Bestätigung reinkriegen, mit einem doppelten Boden möglicherweise sogar, dann können wir über 70.000 oder wieder über 72.000 US-Dollar reden. Also so richtig bearish ist das nicht. Nur, wenn wir durch die 60.000 US-Dollar brechen sollten, dann sieht das ganze Spiel wieder anders aus und dann müssen wir uns auch wieder hier über die 50.000 bzw. 48.000 US-Dollar unterhalten. Momentan sieht das alles noch relativ gut aus, aber ich möchte gerne hier diesen Preisbereich, ich mache mal hier das Golden Pocket ganz kurz weg, beziehungsweise hier das kleine Golden Pocket auch erstmal weg, hier diesen Preisbereich mit eben diesem Anstieg, wo das letzte Mal Volumen hier drin war, mit eben auch dieser kleinen Demandzone, das heißt Supportzone, die wir hier in diesem Preisbereich haben und auch noch den Retest von unserer ehemaligen Supply Zone, also den ehemaligen Widerstandsbereich. Wenn wir diesen gere-testet haben und dieser wirklich standhält, wäre das wirklich ein Zeichen dafür, okay, hier könnten wir nochmal eine Long-Position aufbauen und dann wirklich mit Schmackes in Richtung 72.000 US-Dollar durchstarten. Ansonsten hat sich relativ wenig getan am Markt, müssen wir nicht jetzt wirklich mehr besprechen. Schauen wir uns Ethereum an, auch hier haben wir jetzt deutlich nachgezogen, wir haben aber auch hier ebenfalls nicht diesen Retest bekommen in Richtung 3.200 US-Dollar, deswegen machen wir auch hier das Golden Pocket weg und schauen uns erstmal so grundsätzlich den Chart an. Ziel absolut erreicht, die 3.500 US-Dollar, leider wie gesagt ohne die Retest, ohne die Long-Position. Short würde ich aber auch hier jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Natürlich haben wir ebenfalls, wir haben eine Bearish Divergence, wir haben höhere Hochs im Chart, haben aber tiefere Hochs im RSI. Gleichzeitig auch hier das gleiche Spiel, wir haben deutlich abnehmendes Handelsvolumen. Also wirklich bullish ist das derzeit einfach nicht oder beziehungsweise sieht nicht wirklich bullish aus. Wir sind jetzt hier am Monats-Pivot angekommen, wir haben hier massiven Widerstand, wenn wir uns das auch mal hier einfach als Linie hier noch ein bisschen einzeichnen, sehen wir Pivot-Widerstand, dann zuvor hier immer ein bisschen Struggle gehabt, also hier ist es momentan auch ein bisschen Make or Break. Decision-Time würde aber eben auch das gleiche Spiel wie bei Bitcoin passen, dass wir auch hier nochmal einen Rücksetzer sehen und auch hier liegt das Golden Pocket genau da, wo im Endeffekt das Volumen dann wieder nachgelassen hat, wo wir nochmal einen Retest erwarten würden. Das heißt für mich, auch hier sollten wir im Laufe des Tages so langsam bearische Anzeichen kriegen. Das heißt, ob es jetzt news-technisch ist, ob es chart-technisch ist, dass wir noch weniger Handelsvolumen reinkriegen oder sich nochmal Divergenzen auch auf kleineren Timeframes bilden, wäre es eine Möglichkeit, hier nochmal einen Short zu machen. Für mich aber primär eher die Chance hier unten bei 3.222 beziehungsweise 3.200 US-Dollar die Long zu triggern, um dann möglicherweise hier in Richtung 3.800 US-Dollar vorzustoßen, weil hier oben dann im Endeffekt die nächste Supply-Zone auf uns wartet und auch hier oben noch die Ineffizienz. Also momentan alles deutet, zumindest nach jetzigem Stand darauf hin, dass wir nochmal einen kleinen Rücksetzer kriegen. Ist nicht ultra bearish, Rücksetzer, alles positiv und dass wir dann, wenn eben diese Zonen halten, so wie bei Bitcoin eben auch, dass wir dann weiterhin Bullish nach oben hin durchbrechen können. Soll aber jetzt nicht heißen und ich bleibe weiterhin dabei, muss ich auch ehrlicherweise zu euch dazu sagen, dass ich immer noch davon ausgehe, dass wir bei Bitcoin 48.000 bis 52.000 US-Dollar früher oder später sehen, werden. So, gehen wir rüber zu Gold. Hier erste traurige Nachricht, Gold Stop Loss wurde getriggert, das heißt wir müssen hier einen Verlust von 1,25% leider annehmen. Warum Gold auch immer so extrem gepumpt ist, fragt mich nicht, ich habe keinen Plan. Für mich war es selber gestern ein bisschen überraschend. Das heißt für uns jetzt erstmal hier keine neue Short Order. Wir sind bis an den Pivot R3 sogar hochgekommen, also sehr, sehr stark sogar, muss man ehrlicherweise sagen. Sollten wir jetzt hier unten sogar noch einen Retest reinkriegen, das heißt Rücksetzer 2.421 und dann hier nochmal ein höheres Hoch reinkriegen, dann wahrscheinlich Next Step 2.500 US-Dollar. Die Frage ist nur, warum Gold momentan so steigt. Hat mich selber ein bisschen überrascht. Wenn wir uns mal die normalen Märkte angucken, natürlich auch Dow Jones gestern mit einem enormen Pump und sowas, S&P 500 langsam am Limit, da haben wir ja sowieso unseren aufsteigenden Trendkanal, der so langsam aber sicher hier an seine Grenzen kommt. Eventuell die erste kleine Prognose vielleicht bei Gold, dass wir vielleicht an den Aktienmärkten doch nochmal eine größere Korrektur sehen. Who knows? Auf jeden Fall Short Position. Hier erstmal ausgestoppt warten wir hier erstmal Seitenlinie ab. DAX Position sieht derzeit noch relativ gut eigentlich aus, aber hier überlege ich sogar, ja, diese vorzeitig sogar zu schließen. Muss ich mal gucken, so die nächsten Stunden, weil momentan gefällt mir das gar nicht. Wir hatten zwar hier eigentlich einen perfekten Hit, wir sind sogar ein bisschen über dem Pivot, das ist alles nicht so schlimm, aber die Reaktion danach ist jetzt nicht unbedingt das Wunschszenario, wo ich mir jetzt ehrlich gesagt gewünscht habe. Wenn wir uns auch mal hier das Fibblevel ganz kurz ziehen, kurz vorm Golden Pocket. Golden Pocket war ja hier erster Take Profit, beziehungsweise die 18.000, ja doch, Golden Pocket war das erste Ziel, meiner Meinung nach, haben wir noch nicht mal erreicht. Eventuell werde ich die Position vorzeitig noch schließen. Same oder gleiches Spiel beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Ich bin nicht ganz zufrieden, also wir traden hier ein bisschen zu lange hier ehrlich gesagt um diesen Preisbereich. Momentan sieht es zwar noch ganz gut aus, aber so richtig überzeugt bin ich da momentan noch nicht wirklich. Zwar haben wir noch ein bisschen Luft nach oben bis zu unserem Stop-Loss, hier oben bei 1,10 Euro. Trotzdem entscheide ich das jetzt heute im Laufe des Tages, ob wir die Position noch offen lassen oder ob wir sie gegebenenfalls schließen. Heißt momentan ein bisschen mehr Seitenlinie. Bitcoin, Ethereum eventuell short, aber das kommt heute wirklich ganz darauf an, wie sich die Märkte geben. Ansonsten würde ich sagen, Altcoins weiterhin würde ich noch ein bisschen warten. Vor allem jetzt nicht wieder in diese FOMO hier rein, vor allem weil man es schon wieder ein bisschen mitkriegt. Die Leute rufen schon wieder Altcoins. Deswegen verzeiht mir das, wenn ich da noch ein, zwei Tage vielleicht warte, bis wir da ein bisschen mehr Korrekturpotenzial vielleicht sehen. Aber momentan jetzt wieder hier in die Plus-Dinge reinzusteigen beziehungsweise reinzukaufen, macht wenig Sinn. Aber gut, ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Eventuell hören wir uns später wieder. Ansonsten hören wir uns spätestens morgen früh wieder. Bis dann, ciao, ciao und wie immer, Stay Crypto.